Hey meine Freunde, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Dieses Video kommt einfach komplett außer Reihe, weil ich bin richtig happy. Was soll ich sagen? Ich hätte nicht damit gerechnet, in so kurzer Zeit schon mittlerweile 21 Abonnenten zu haben. Wirklich, ich habe echt gedacht, naja komm, du machst einfach und was kommt, das kommt und sowas. Und gut, die Einstellung habe ich immer noch, aber ich habe gestern meinen 20. Abonnenten gehabt und habe mir gedacht, weißt du was, das ist richtig geil. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich gerade Geburtstag. Ja, es war richtig geil, ich habe mich gefreut, ich wollte gar nicht ins Bett gehen. Ich habe die ganze Zeit vor diesem Monitor gesessen und habe mir diese 20 Abonnenten angeguckt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, mach noch ein bisschen was hier, da und noch so ein bisschen Shorts und so. Und plötzlich geht ein Short voll durch die Decke mit etwas über 400 Aufrufen. Und sogar 9 Likes. Also heute, gestern waren es 13 mit 2 Dislikes. Aber heute hat sich das irgendwie verändert. Die Dislikes sind verschwunden. Auch 4 von den Likes sind verschwunden. Aber hey, immerhin 9. Das ist das Höchste, was ich bisher hatte. Und das war nur ein Short. Geil, einfach richtig geil. Ich freue mich so abartig. Geil, mega. Und dann plötzlich gucke ich 21 Abonnenten. Hammer, noch geiler. Innerhalb von einer Stunde 2 Abonnenten dazugekommen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Mega geil, absolut mega geil. Deswegen, ich wollte euch mit diesem Video einfach nur mal Danke sagen. Ja, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht bei mir. Gut, ich meine, andere sagen jetzt, komm, das sind doch nur 20 beziehungsweise jetzt 21 Abonnenten. Was machst du da schon so ein Fass auf, ja? Andere machen es erst bei 1000, wenn sie diese Monetarisierung freischalten können und sowas. Aber das ist mir nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ich etwas mache, was mir Spaß macht. Und euch gefällt das. Ja, das ist so geil. Boah, Mann. Ich schwöre euch, ich danke euch von Herzen. Es ist einfach geil. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer ich werde gucken, dass ich es so weitermache. Oder noch besser werde, dass ich euch noch mehr Content liefern kann. Noch mehr schöne Videos, lustige Videos. Und halt auch mal Videos außerhalb der Reihe. Zum Beispiel Gamescom oder sowas, wo ich da mal hin marschiere. Vielleicht bin ich live, vielleicht doch nicht. Schauen wir mal. Je nachdem, wie die Situation es zulässt. Aber ein großes Fettet Dankeschön an euch alle. Wirklich. Also, ich sitze hier auf meinem Stuhl. Ich kann mich kaum halten vor Freude. Und wie gesagt, ich wollte nicht ins Bett gehen. Ich wollte mir diesen Monitor die ganze Zeit angucken. Ja. So, ein bisschen hoffen wir auch dabei, dass da vielleicht noch was kommt und sowas. Vielleicht noch ein Abonnent und so. Aber, ja. Ich musste einfach mal ins Bett. Ja. Aber ich habe kaum die Augen auf gehabt. Zack. Erstes Handy in die Hand genommen. Geguckt. Ich so. Immer noch 21 Abonnenten. Gut. Aber richtig geil. Ich habe mich so tierisch gefreut. Danke, meine Freunde. Echt, echt. Vielen Dank. Geil. Ich kann gar nicht aufhören. Aber ich muss. Vielen Dank. Und bitte unterstütze mich weiter so. Dankeschön.